Was ist die Burgbad-Badmöbel-Neuheit Iveo? Dies ist die Burgbad-Badmöbel-Neuheit Iveo. Zeichnet sich dadurch aus durch den asymmetrischen Waschtisch. Schlichtes Design, grifflose Fronten mit sehr viel Stauraum, dadurch, dass wir den Siphonausschnitt weggelassen haben. Wir haben zwei Arten von Waschtischen. Einmal das Material Keramik, dann den Waschtisch in Mineralguss. Vier verschiedene Größen, angefangen bei 65 cm, 80 cm, 1,20 m und auch die Möglichkeit als Doppelwaschtisch in der 1,20 m Variante. Wir haben bewusst auf Griffe verzichtet. Die Variante kann auch gewählt werden mit einem Lichtausschnitt, der als Nachtlicht zum Beispiel dienen kann. Ein besonderes Feature bei Iveo ist der LED-Spot. Durch die Magneteleiste frei wählbar in der Position, durch die Steuerung der Lichttemperatur frei wählbar in der Lichtintensität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017